So, damit herzlich willkommen zurück. Wollen wir mal in die Kartenkammer gehen? Ach ja, Professor Fick mit dem kleinen Dick. Entschuldigung. Ja, was ist denn los, alter Mann? Bitte. Gesetz dem Fall, wir trauen ihm. Hilft er uns, Renrock zu finden? Ich habe einen gestohlenen Helm geborgen, mit dem er Renrocks Vertrauen zurückerlangen will. Nicht schlecht. Hoffen wir, dass sich Ihre Bemühungen auszahlen und wir etwas über Renrocks Pläne erfahren. Lord Gok hat erwähnt, dass Renrock etwas sucht. Konnte mir aber nicht sagen, was. Vielleicht birgt der Helm ein paar Antworten. Renrock sucht irgendetwas? Das hatte ich befürchtet. Bei meinem Besuch meines Porträts in meinem Schloss hörte ich ungewöhnlich viel Betriebsamkeit. Kobold und Zauberer, vermute ich. Schloss Rookwood? In meinem ehemaligen Zuhause, ja. Und in dem Schloss findet Ihre nächste Prüfung statt. Sie haben nichts gesehen? Mit niemandem gesprochen? Nein. Ich gab mich nicht zu erkennen. Ich war erst vor kurzem dort. Und unter denen, die ich hörte, war niemand, den ich kenne oder dem ich vertraue. Ich blieb versteckt, um nicht die Zerstörung meines Porträts zu riskieren. Leider ist Victor Rookwood Ihr Nachkomme. Ein schwarzer Magier. Und im Bunde mit Renrock. Mein Nachkomme? Ein schwarzer Magier? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Trotz der Hindernisse, die Sie erwarten, müssen Sie sich sofort auf den Weg zu Schloss Rookwood machen. Es ist nicht nur der Schauplatz der nächsten Prüfung, sondern birgt auch eine Energiequelle, die in den falschen Händen verheerend wäre. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit. Allerdings zweifle ich nicht an Ihren Fähigkeiten. Finden Sie schnellstmöglich mein Porträt. Gut, Sir. Ich bin schon unterwegs. Viel Erfolg. Mhm. Sputen wir uns. Wir treffen uns in Schloss Rookwood. Tja, dann ab zu Schloss Rookwood, hm? Ich jetzt jeden scheiß Auftrag. Ich muss dem Alten folgen, ne? So, ja, ich weiß, es nervt. Ähm. 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 Wenn ich halt, äh, solche kleinen Nebenhersachen bei OBS, äh, während der Aufnahme mache. Aber es ist mir eigentlich egal. Ich hab mir jetzt gerade den Titel für dieses Video schon, äh, ist mir gerade eingefallen. Obwohl ich, obwohl ich da eigentlich sehr unkreativ bin. So. So. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Hier war er doch schon. So. Bessere Ausrüstung. Was ist mit besserer Ausrüstung? Ist jetzt irgendwo verfügbar oder was? Das ist schön. So. Haupttalente. Ich hab keine Ahnung. Ich mach einfach die Haupttalente durch. Komm. Inventar. Warte mal. Ich hab doch... Hier Herausforderungen. Raum der Wünsche. Raum der Wünsche. Willi-Wix-Lork. Alte Magie. Was habe ich hier in der Sammlung? Ja, komm. Die Sammlung ist mir egal. Wie, ich verfolge derzeit nichts. Ich hab doch... Na. Ich mein, wir könnten auf Greifenschwänge reiten. Fliegen. Fliegen. Entschuldigung. Reittier haben wir ja noch nicht. Ich hab den Helm nicht angefasst. Aber danke, dass du als erstes mich verdächtigst. Bleib hier. Komm, trink. Gebring. Ach hier. Oh. Nicht mehr. Verleih. Ach hier. Du Lümmel. Ups. Ne, war schon richtig. Ich dachte, ich könnte hier einfach mal was klauen. Kann ich ja nicht einfach hochfliegen. Warum muss ich hier lang? Ich mein, gut. Auf der anderen Seite ist hochfliegen halt. Ne. Bei aller Liebe. Ich kann die... Ich kann's einfach nicht. Ich check's nicht. Bitte nicht. Okay, das ist lustig. Nein. Okay, der ist gar nicht mal cool. Der ist nicht schlecht. Mal ein bisschen was anderes. Ich bin Robin Hood. Ritter der Herzen. Was haben wir denn hier? Ich glaub, hier war's schon mal mit der Netti, ne? Flurfliegen. So, Professor Fick. Mit dem Dick im Gesicht. Entschuldigung. Flurfliegen. Du bist aber nicht mit zwei Beziehungen dabei. Ich werde nicht drohen. Flurfliegen. Flurfliegen. Ich hab die ganze Zeit versucht, R1 zum Ausweichen zu drücken, weil wir gestern relativ viel Final Fantasy wieder gespielt haben. Und hab jetzt die ganze Zeit, wollte mit R1 ausweichen und hab das voll vergessen. Entschuldigt. Ach hier. Gratio. Verbring. Wir sind doch. Hier gibt's aber was zu... ganz viele Zutaten. Die lass ich mir nicht entgehen. War aber glücklicher Zufall. Ich wollte nur die Köter klatschen. Diese bösen, bösen Hundien. Hundis. Gibt's hier nicht irgendwo auch einen offiziellen Weg? Ja. Aber ihr kennt mich ja. Hier drüben. Das merkt natürlich keiner, wenn ich auf dem Weg schlafe. Was geht hier vor sich? Professor Ruckwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Ruckwoods Handlangen und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. So. Er tritt Schloss Ruckwood. Einen anderen Weg. Gute Reise, junge Freunde. Dankeschön. Eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Den ganzen Tag rumsitzen. Könnte aber wahrscheinlich etwas langweilig werden. Könnte gucken, ob ich hier vielleicht hinkomme. Könnte aber auch ein bisschen was machen. Könnte aber auch ein bisschen was machen. Das muss ich ihm lassen. Hier gibt es wieder einige Rätsel. Ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt alles in einem Video reinmache, weil... Ja gut, wir sind nicht so lange, aber ich muss schon wieder strullen. Ja, ich habe Eistee getrunken. Hinterfragen wir das nicht. Ja, ich habe gesagt, wir müssen einen anderen Weg finden und kommen da so nicht rein. Ich will mal gucken. Ist eigentlich auch so leicht unfair, dass wir dieses Buch haben, das uns auch die Gegner zeigt. Auf der anderen Seite, Harry Potter hatte sowas auch mit der komischen Karte von den Weasleys. Kann ich nicht schneller? Ja. Ja. Rennrocks Rebellion hält niemand auf! Ein lästiger Mensch weniger! Ich meine, komm schon! So wollte ich das eigentlich beim letzten Mal auch machen, aber... Ja, wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land... Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe. Und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind. Aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und? Ranrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Dann mal auf in das Schloss. Oh, wei. So, hier gibt es ein paar Gegner. So, hier gibt es ein paar Gegner. So, hier gibt es ein paar Gegner. Lassio, Achio, Papingo, 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 Papingo Owww Das hat wehgetan. Hat auch keiner gehört. Nehme ich an. Pfiffiger Fedora. Da bin ich mal gespannt. Gibt es hier noch irgendwas? Ja. Manipulation 3. Nach der nächsten Prüfung werde ich mehr verstehen, haben sie gesagt. Ich weiß nur, oder ich denke nur, dass ich irgendein komisches Magiegefäß bin. Was diese Kacklappen haben wollen. Und ich deswegen ein Problem kriege. Nein! Na, von da kam ich doch. So, die Frage ist, wo muss ich lang? Hier hoch. Mal gucken, wie lange ich es aushalte, ohne dass ich eine Pause mache und Pipi machen muss. Reveglio. Aber ich befürchte, es wird nicht möglich sein. Reveglio, Reveglio, Reveglio. Kann ich nicht Dauerreveglio haben? Äh, das mache ich doch in zwei Teilen, weil ich doch dringend, dringend, dringend muss. Ähm, bis zum nächsten Part, Leute. Till Tschüss. Tschüss.